so fangen wir an youtube video oder highlight von twitch ihr habt das video wahrscheinlich verlinkt bekommen auf die frage was wird meta jetzt kommt eine meta liste jetzt die wird euch enttäuschen aber wir gehen erst mal darauf auf die frage was ist denn aktuell meta in season 1 und da gehen wir mal ganz kurz hier auf walk of logs wir gehen auf raids gehen auf die statistiken und sehen dort eine auflistung von dps darum geht es meistens jeder und tankmeter ob wir sie auch aber wir fangen erst mal mit den dps an und dort sieht man okay alle sind alle klappen sind okay die sind alle nicht sehr weit voneinander entfernt es ist ziemlich balanced overall single target single target gibt es ein paar auswüchse zuweilen beastmaster super stark wird die parla super stark okay hätte ich damals geantwortet beastmaster oder survival hunter wird meta dann wäre das nicht richtig gewesen er ist jetzt meter seit den paar änderungen und den buffs den hunter bekommen hat denn vor drei wochen sah das ganze noch ganz anders aus und davor vor zwei wochen sah das ganze auch wieder ganz anders aus bei rasageth kann man gucken bei aoe kann man gucken denn die einzig wahre antwort ist die meta ändert sich während des patches auch noch 456 sieben mal punkt nummer eins man kann es nicht vorher sagen da das immer schwimmend sich ändert mit buffs nerves patches wie auch noch mal verantwort nummer zwei dadurch dass man sehr viele faktoren hat was die meta bestimmt wie zum beispiel klassen balancing oder talent balancing oder tier set balancing oder boss balancing manche boss sind zum beispiel gut darin irgendwelche hexer zu supporten weil dort sehr viele aoe spälen oder cleave spälen für destruction beispielsweise oder mobility so hoch angefordert ist dass ein beastmaster hunter die ganze zeit völlig schießen kann auch wenn der beastmaster hunter normalerweise weniger damage machen würde würde er in diesem fall noch mehr damage machen weil er die ganze zeit im laufen kann und einen arcan mage der vielleicht sogar auf blatt papier mehr damage an der puppe macht sobald er laufen muss macht er zu wenig damage also all diese faktoren kannst du vorher nicht wissen denn auch wenn du es wissen würdest es wird ja noch gekocht im moment ist es also wenn wir die tier set uns angucken gestern alleine wurde der vierer set bonus verändert also wenn du mich jetzt fragst was wird nächstes mal was wird was wird bis was wird meta nächstes hießen dann kann ich dir sagen windwalker sieht gut aus aktuell macht er richtig guten schaden dann kommt morgen ein patch das wird verändert statt 25 prozent wird da auf einmal nur noch 10 prozent gehen und wasser trinken und sagen die suppe ist schmeckt scheiße weil die ist noch gar nicht fertig man kann doch nicht sagen was meta wird und auch wenn man sagen kann es wird eh verändert und zwar tausend mal pro minute und wenn der patch released ist und dass er dann raus ist wird es immer noch verändert man kann es nicht sagen das einzige was man sagen kann die klassen sind overall schon seit sehr vielen jahren ziemlich ähnlich balance über alle bosse hinweg und dementsprechend spielt einfach die klasse die ihr mögt denn damit habt ihr am meisten spaß und dann guckt ihr einfach dass ihr hofft dass ihr maybe so gebufft werdet dass ihr mal zwei wochen lang auf platz 1 seid dann werdet ihr wieder genervt dann werdet ihr wieder auf platz 0 also macht euch weniger sorgen darüber was meta ist sondern beruhigt euch mit der antwort dass das was ihr spielt was euch spaß macht und vor allem womit ihr progress erfahrung habt dann werdet ihr immer platz 1 im damage sein egal was die meta aussagen wird und das ist das einzige was man sagen kann kurz zusammengefasst zu long didn't read spielt was euch spaß macht kommt nach discord kommt nach twitch kommt nach youtube youtube seid ihr jetzt schon und die ganzen links stehen unten in der kanal beschreibung ist